Wohhhh! Don't you wanna dance, don't you wanna dance? Don't you wanna dance? Unser heutiger Ehrengast im Publikum, der legendäre Musikproduzent Mr. Clive Davis! Meine Stimme ist weg! Was? Du eröffnest die Show heute Abend. Keine Widerrede! Ich bin deine Mutter! Wie heißen sie nochmal? Whitney Elizabeth Huston. Mach auf! Es läuft, es läuft! Hör doch! Mein Traum? Sing, was ich singen will. Sein, wie ich sein will. With every heartbeat. Ein möglichst großes Publikum erreichen. I wanna go! Viele ihrer Kritiker sagen, ihre Musik ist nicht schwarz genug. Also, ich weiß nicht, wie man schwarz singt und wie man weiß singt, weiß ich auch nicht. Ich weiß, wie man singt. Wohhhh! Ich habe gerade die größte Stimme ihrer Generation gehört. Aufbau! Ah! Aaaaah! Und Ai! Ah! 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 Vielleicht! Es muss ins Ohr gehen. Ins Ohr gehen? Ja. Das kriege ich hin. Ha, ha, ha!